EP Ich will dich gewiss, Javier Warum? Ich hab ihn einen Hit Er hat mir einen Hit Er hat heal Wir haben keinen Spongtrap Er hat heal Er geht bad, er geht bad vorne, er geht bad vorne Ich bin low, bin down Mein Gott! Mann, du sollst Anti-Spongtrap bauen! Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Video Ich hatte ja vor ein paar Tagen das mit diesem Badwars-Feld-Rekord gemacht Wer tatsächlich die schnellste Wirtschaft schafft Und mir hat Valation hier insgesamt den schnellsten Clip eingeschickt Mit 5,150 Und noch was, wir stehen gerade einfach bei 17.937 Und das bedeutet, es fehlen einfach nur noch 63 Leute Dann sind wir fucking 18.000 Leute Deswegen würde es mich mega freuen Wenn ihr vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt Einfach mal ein Abo dalassen könntet Oder euren Freunden sagt, der ist kurz vor 18.000 Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß bei dem Video Und würde mich mega freuen, wenn wir heute vielleicht Am 18.03. noch die 18.000 knacken können Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Video Haut rein Und ihr könnt auch mal reinschreiben, wie ihr das am Ende so mit dieser kleinen Highlightcamp findet Und tschüss You can't take it back no more I've got so much left to say But I'll take no words and walk away Oh Gächtes Eimer Mario fällt mal nicht Gib mal Fällt nie Dein Maul Junge Ich hab kein Food und nichts Ich hab auch nichts Ich hab auch nichts Klick und 8 Blöcken Ach so der Bo war schon hoch Problem ist, wenn ich ihn zweimal hätte, krieg ich ihn zwar raus, aber dann bin ich halt... Ne, was ist das? Ich weiß auch nicht, Dario, was habst du gemacht? Adler ist safe gebaut, tatsächlich. Ja, was hab ich gemacht? Ich hab zwei Leute geholt. Nein, nein, beim safe gebaut, aber gut. Ich hab auch safe gebaut. Ja, zu spät. Traurte aber noch Blöcke, um oben zu holen. Ja, cool. Schau dir schon wieder ihren Topic an. Problem ist halt, der Bruch ist ganz hoch. Dario, Dario, Dario. Würde ich immer nicht schaum, wer ist es oder Dario? Versucht es, Dario. Nein. Dann hittet er mich direkt, ja. Ah. Sowieso, sein Hit war sowieso schon wieder geil. Nice. Weiß ich nicht, musst du unten gucken gehen. Nicht mehr, ne. Ich hab's gestern gelöscht. Was hast du gelöscht? Das WLAN. Das war doch mein Handy, davon hatte ich ein Bild. Ach ja, das kenn ich. Alter hat vier Hits drin. Hä, was bringt dir das denn? Das ist das, bitte? Hä? Mein Hintergrundbild, also mein Sperrbild für'm Bild, ist auch mein Pin vor meinem Handy. Nein. Unten, die ziehen unten, die ziehen unten. Ja. Soll ich's vormachen? Sehr sehr bald, ja. Auf jeden Fall. Spam mich, spam mich. Ein Hit. Ja, da kann ich jetzt nicht unten spälen. Ja, da kann ich jetzt nicht unten spälen. Also auf die erste Schicht ist von 200 lang laufen. Eins höher laufen. Ja, von 11 wird in Höhe 3 auch. Wie viele stehen am Bett? Ich kann so lange Base machen, aber nur bis ich's nicht mehr spammen muss. Einer nur, ne. Einer ist Erster, einer Bett. Einer daunt. Oh mein Gott, war das OP von mir gemacht. Oh mein Gott, ich hab die Höhe verkackt, ne. Und hab das WAP im letzten Moment an den TNT-Schutz dran. Ich seh's da. Hast du das gesehen, Junge? Alter, das ist ja so krass, ey. Junge. Hat mir zwar nicht viel gebracht, aber... Ich glaub, jetzt kann ich nicht mehr heiß reisen. Ne, ich hab gar nix. Ey, ich lief doch gerade eben ganz viel Leid. Zeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ach mal. MS? Doch, auch. Ab jetzt. Und Alvin. Ich geh da, Ab jetzt mal vor, ich geh. Ich geh da, Ab jetzt mal vor. Das ist mit, was sehr, viele Mögel. Ich geh da, Ab jetzt mal vor. Auf jeden Fall. Ich geh da, Ab jetzt mal vor. Ich geh da, Ab jetzt mal vor. Ab jetzt mal vor. Und zum nächsten Mal. Ich gehe das Pücherin, jetzt kommt der andere auch noch, jetzt wird's kompliziert für mich jetzt tut mich der Baseball spam, jetzt wird's ganz kompliziert was? was ich hier hinbaue jaja Barrel? nein, das ist ok und, kommt der zur Fülligung? unser Baum ist unten, so müsste es sein unten kommen zwei Füllikus nein, ich kann von ihm nicht werden, aber meinten hat nen Shot drin jetzt kann ich nicht mehr spenden vor allem geblieft durch das einzige Loch da ok hier hinten ich find uns bitte schon mal so ne Leine von und kappe das da vorne einfach ich hab oben das erste Schicht hier hinüber oben ich hab richtig viel kassiert ich hab ihn in der Luft einfach gepoppt ich hab ihn in der Luft einfach gepoppt bitte wem es ja, lass tauschen ein Shot ein gehen Sie müssen das load das ist das Verlauf ist er hat Dresswort er hat Dresswort Mario, guck mal bitte nach, ob das bett jetzt voll mit Lightning ist Ja, es ist... Polycote down, äh, an der Reiter nachher. Ja, das ist die weise. Alter, ich hab auch wieder so ein Glück! Hipsa an Ducky. Aber es ist jetzt sowieso schon mal relativ viel gespliegt. Hier, kannst du den Leuten haben, David. So, und mach. Was ist? Genau, Schiff. Nice. Nice. Äh, da ist noch ein Blick, oder? Darüber brauchst du mir grad einen Markkurspick. Verarschen. Ach. Hey, du hast doch eh nix zu tun. Die können gar keine Epic werfen. Ist so. Okay. Guck du grad, weil dann komm ich... Äh, Wem ist bei dir? Ice down. War miese helfen. Buddy, enter to the channel. Äh. Wir haben's heute nicht so... Na, Felfness. Ah, Peter, der Pelle. Ah, ich bin auch noch. Ey, Pelfness, und mir zuerst mal nicht so... Na, hat's nur zum Blocker. Und da ist noch so ein Hochslack das. Stefan, lass mal ganz kurz das Bogen tauschen. Mal kurz den Rest machen. Fickt. Wenn mich will auch mal. Der ist down. Jungs. Ich bin drüber genockt. Ist das ein Bogen? Jungs, ich will eine Bestätigung von euch hören. Jo, ich mache mir eine Stärke Ports hier. Ja. Ja. Alter, das ist so knachab. Ja, beide dann. Warte, die Schafe. Warte, die Schafe. Mach ihn dann. Die Boss sind dann. Ja, das ist eine Geschichte weg. Ja, dann komm ich. So richtig viele Schafe. Ähm, 1-2. Und? Unten, volle Kuh. E-P, 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 E-P. Ja, geht weg, er geht weg, er geht weg vorne, er geht weg vorne. I'm low, I'm down. Mein Gott! Mann, wird so zu, soll's Anti-Spon-Trap bauen. Yeah, ich war die ganze Zeit die P-Schuße anbauen. Ja, alles Gute, geht's anbauen, ich komme grad so mit der Hand. Der ist so lo, der ist so lo. Der ist so lo. Komm, 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 komm. nochmal drei Schätze. Hab drei normale Hits. Oh mein Gott. Alter, wer ja die. Bauer Anti-Spon-Trap bitte. Oh mein Gott, ja, ich weiß, ich wollte, das war das nächste, was ich machen wollte. Boah, jetzt haben wir seit 8 Minute. Was hab ich dir seit der ersten Minute gesagt? Boah. Ey, ja, wenn du mir den gibst. Dann letztlich haben wir einen zweifel, wenn der 13 hat liegt. Dann letztlich haben wir einen zweifel, wenn der 13 hat liegt. Bin down. Ich hab Leiter gesetzt. Ist weggebackt. Ah, hast du den 13 noch? Ja. Schade, ich hab den 13 noch. Ich boge rein. Alter, ich hatte da ne sechster Plattform. Der Bogen hat gar keine Hoffnung mehr, du. Wir sind da zu dritt. Oh lo, der ist gar nicht down. Weibes, ich hab den 13 noch von denen geloogt. Unten kommt einer durch, unten kommt einer durch. Ja. Wir sind da zu dritt. Ja. Zu viert, äh zu dritt meine ich. Ja, einer, einer geht. Einer ist erster. Da geht er... Da. Da stimmt. Da stimmt, da stimmt. Das krass. Einer ist oberster. Einer ist oberster. Unter Zeuch, unter Zeuch, unter Zeuch, unter Zeuch, unter Zeuch. Und dann... Über euch, über uns. Wer bist, wer bist über uns? Du bist nach. Ich bin bei dir. Wer weiß, dass du da bist, der weißt... Bro, den habe ich gar nicht gesehen. Da kam dann einer. hinter euch kommt einer, hinter euch kommt einer na fuck alter hab den hit dabei deck davon warte ich tue mal so als werde ich hochlaufen hab den m&g übergetan ey ey komm hast du denn auch meine luft da ist ich hab das so dumm gespielt mit zwei mobile kriegt ihr das bett nicht viel weil die noch endstone haben in richtung spawn habe vielleicht können wir ja auch den gold weg feiern oder? einer kommt hoch ja wo kommt der hoch? vor uns er wird sicher sofort a weapon also ist keine gefahr wenn ich jetzt hier auf der base geh ich bin ein bisschen und zwar nicht wirklich low ground mäßig aber das muss nicht so sein und was hält der denn schon wieder? darf noch einer? ach ich bin down war grad in der 5 mann jungs bei uns liegt ein boh in der base ja ja für den base goal Leute pass auf der macht mich m&g da einen der ist geriet den weg grad links m&g mach dich voll irgendwo ja gasilchock hole boh ja hat sich und einer geht unten und einer geht unten darf jetzt das wollen wir machen äh sag mal drauf hast du boh? hast du schock? ja hab ich hab ich fort hast du abgebaut? ah ist ja noch nico ah jetzt ist wieder du Wemes seine Schuld die Wemes hab ich glaub was auf oh das ist Wemes weis gemacht ja so ist das geholt ja die sind alle rausgegangen ich hab den typ da weggeballert nach 2 Mova füllen wir ihn müssen war glaub ich eh kein Dario danke nein Dario hat gar nicht ja halt den maul Junge alter nein ja du hast es geschafft denn er den so hast einen typen getötet wenn jemand gut Dario sagt dann wird er ausgefahren geklärt war denn überhaupt ein Punkt was wär gut Dario mein Mova waren zwei noch heiß dann haben die mich aber auch nicht getötet und einer kommst zurück und den anderen kommen wir jetzt können ja ich hab ihn hab beide jawoll tschüss tschüss